Sehr viele junge Männer da draußen strugglen mit ihrer Körpergröße und weil sie eben so komplexe damit haben, wollen sie ihre Körpergröße verändern, wollen ihr Wachstum positiv beeinflussen. Und kleine Background-Story zu diesem Video. Ich habe vor ein paar Tagen so ein Short-Video hochgeladen über Wachstumshormone und wie man mehr Wachstumshormone durch Supplemente bekommen kann. Und das Ganze ist ziemlich viral gegangen und ich habe locker 30, 40, 50 Leute auf einmal in meinen DMs gehabt, die mir Fragen über Wachstum gestellt haben, dies und das. Mir war das gar nicht bewusst, dass es so eine riesen Bubble von Leuten da draußen gibt, die wirklich so krass mit ihrer Körpergröße strugglen. Und genau deswegen mache ich jetzt dieses Video hier. Guck mal, du musst verstehen, auf der einen Seite feiere ich das natürlich, wenn man an seinem Körper arbeitet, wenn man sein physisches Potenzial erreichen will. Das ist genau das, was ich auch möchte. Ich möchte das Beste aus meinem Körper herausholen. Ich mache auch gewisse Dinge, um zum Beispiel meine Wachstumshormone zu erhöhen, um meine Haltung zu verbessern und so weiter. Aber der wesentliche Unterschied bei mir ist, dass ich nicht greedy bin. Ich bin nicht gierig. Ich bin nicht irgendwie bedürftig danach, jetzt irgendwie 5 cm zu wachsen oder so. Ich mache das Ganze aus Freude und aus Selbstliebe heraus, weil ich einfach möchte, dass mein Körper auf dem besten Stand ist. Und die meisten Leute da draußen, die sich wirklich intensiv mit diesem Thema beschäftigen, Wachstumshormone erhöhen, Knochenwachstum erhöhen. Diese Leute sind meistens sehr, sehr greedy. Diese Leute sind sehr, sehr bedürftig nach der Erhöhung ihrer Körpergröße. Und das ist einfach falsch, Bro. Obwohl, wer bin ich, dass ich dir sagen kann, dass das falsch ist? In meinen Augen ist das einfach nicht so gut. Weil wenn du eben so greedy und so bedürftig nach deiner Körpergröße bist, dann ist das nicht dein wahres Problem. Dein wahres Problem ist absolut nicht deine Körpergröße. Auch wenn dir das jetzt absolut nicht schmeckt, was ich dir gerade gesagt habe, das ist nicht dein wahres Problem. Dein Problem ist deine Unsicherheit und dein mangelndes Selbstbewusstsein. Und du kannst jetzt natürlich sagen, ja, das kommt davon, weil ich so klein bin. Nein, Bro, vertrau mir. Es gibt genug etwas kleinere Männer da draußen, die absolut kein Problem mit ihrer Größe haben. Sie haben sich auf alles andere fokussiert. Sie haben sich einen Charakter aufgebaut. Sie haben Muskeln aufgebaut. Sie haben Kampfsport gemacht. Sie haben vielleicht ein Business aufgebaut. Und obwohl sie vielleicht nicht die allergrößten von ihrer Körpergröße her sind, werden sie trotzdem von anderen Männern respektiert und kriegen Aufmerksamkeit von Frauen. Und das ist genau das, was du mit deiner Körpergröße erreichen willst. Lüg mich nicht an. Der einzige Grund, warum du wachsen willst, ist, weil du Respekt von anderen Männern willst oder weil du Aufmerksamkeit von Frauen möchtest. Und ich kann dir zu 100% versichern, Bro, selbst wenn du jetzt ein paar Zentimeter wachsen würdest in deiner jetzigen Situation, wenn du so greedy und so bedürftig bist, dann wirst du auch mit ein paar Zentimetern mehr von Männern nicht respektiert werden. Und Frauen werden dir auch keine Aufmerksamkeit geben, weil du immer noch einen bedürftigen Charakter hast. Deswegen deine Priorität, wenn du so unglaublich greedy bist, sollte es gerade sein, an deinem Charakter zu arbeiten. Gehst du überhaupt ins Gym? Gehst du zum Kampfsport? Entwickelst du dich auf mentaler Ebene weiter? Wenn das nicht der Fall ist, wenn du nicht alle anderen Sachen maximiert hast, dann denk doch nicht über deine Körpergröße nach, Bro. Weil natürlich, im Endeffekt gibt dir deine Körpergröße schon ein bisschen Status. Es gibt dir schon ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Aber ganz direkt gesagt hier, wenn du groß bist, aber trotzdem ein Opfer bist, dann bist du am Ende des Tages immer noch ein Opfer. Ich kenne genug Leute, die 1,90m, 2m groß sind und niemand, absolut niemand hat Respekt vor ihnen, weil sie einfach Goofies sind. Und andersrum, wenn du vielleicht ein bisschen kleiner bist, wenn du 1,70m bist oder so, aber trotzdem ein Macher bist, dein Leben komplett im Griff hast, dir einen Charakter aufgebaut hast, dann bist du am Ende des Tages immer noch ein Macher, du wirst immer noch Respekt von anderen Männern bekommen, du wirst immer noch genug Aufmerksamkeit von Frauen bekommen, glaub mir. Ich war dieses Jahr auf so einer großen Fitnessmesse und da habe ich so einen Typen gesehen, der wirklich nur 1,60m groß war oder so. Aber glaub mir, Bro, dieser Typ hatte Aura, dieser Typ hatte Style, dieser Typ hatte Charisma. Und an seiner Seite war ein bildhübsches Mädchen und dieses Mädchen war genauso groß wie er. Ob du es wahrhaben willst oder nicht, deine Körpergröße spielt wirklich keine so große Rolle, wie du vielleicht denkst. Und verstehe mich bitte nicht falsch, ich sage gar nicht, dass du nicht an deinem Körper arbeiten sollst, dass du nicht irgendwie dich dehnen solltest, dass du nicht deine Wachstumshormone erhöhen solltest, das sage ich gar nicht. Aber du solltest das Ganze, ganz wichtig, nicht aus einem Mangelbewusstsein heraus machen, du solltest nicht bedürftig danach sein, deine Körpergröße zu erhöhen. Du solltest das aus Selbstliebe und aus Freude heraus machen, genauso wie ich, weil wie wir gerade besprochen haben, wenn du so unglaublich greedy und bedürftig bist, dann ist deine Körpergröße nicht ein wahres Problem. Und ganz kurz noch, wie kannst du deine Greediness bzw. deine Bedürftigkeit ablegen, auch eigentlich ganz simpel, indem du dein Selbstbewusstsein aus anderen Quellen herausnimmst, als aus deiner Körpergröße. Wie wir vorhin besprochen haben, mach Kampfsport, baue dir einen krassen Körper auf, baue dir ein Business auf, baue dir einen Charakter auf und sei dankbar für das, was du bekommen hast. Weil manche Leute, die sind nur mit einem Bein zum Beispiel auf die Welt bekommen oder mit gar keinen Beinen. Und du heulst darüber rum, dass du zu klein bist, Bro, ich bitte dich. So, das soll es gewesen sein. Lass ein Follow da, wenn du es noch nicht gemacht hast, weil mein Kanal ist der Kanal für alle ambitionierten Jungs da draußen. Und wenn du bis hierhin geguckt hast, dann bin ich fest davon überzeugt, dass du auch dein Leben optimieren möchtest, dass du einfach die beste Version von dir selbst werden möchtest. Geh auf den ersten Link in der Beschreibung für meinen kompletten Testosteron-Guide und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao.